Hier steht Ergue. Der Rest ist leider nicht mehr lesbar. Eine leere Plastikflasche. Irgendetwas sagt mir, dass ich die noch brauchen werde. Gute Idee. Ich spiele hier Computerspiele, bis Phil wieder zu sich kommt und mich dann K.O. schlägt. Nein, ich sollte mich erst um die Dinge im Keller kümmern. Eine Diskette. Was da wohl drauf ist? Hier steht, wenn du, Idiot, mal wieder das Passwort vergessen hast, fällt es dir beim Reingehen wieder ein. Hm, genau wie in meinen Studentenzeiten. Tja, abgeschlossen. Ach, du heiliges. Noch mehr Waffen. Eine Pistole. Jede Menge Munition und... Messer. Billige Messer. Die billigsten und hässlichsten weit und breit. Aber eine Schusswaffe könnte vielleicht nützlich für mich sein. Was mache ich denn hier? Habe ich den Verstand verloren? Ich kann doch nicht mit einer Pistole rumlaufen. Aber ich will sie auch nicht hier lassen. Ich muss das Ding irgendwo entsorgen. Die Munition stecke ich auch ein. Aber hier liegt noch mehr. Eine Halskette. Sieht wertvoll aus. Bestimmt geklaut. Die nehme ich mit als Entschädigung für die ganze Scheiße hier. Phil wird es verschmerzen können. Zersplittert. Kein Wunder bei Phil's Visage. Da führt kein Weg hoch. Kein Wunder, dass Phil's Gehirn aufgeweicht ist. Hier scheint es reinzuregnen. Auch wenn es schick aussieht. Ich wüsste momentan nicht, wozu ich ein Hirschgeweih brauchen könnte. Mal sehen. Vielleicht finde ich einen Hinweis über die Zusammensetzung. Tatsache, da steht was. Geriebenes Hirschhornmehl erhitzen, bla bla bla, kristallisiert sich zum sogenannten Riechsalz. Das sollte nicht so schwer sein. Ich habe im Keller noch etwas zu erledigen. Jede Menge Gerümpel. Es liegen sogar ein paar original verpackte Videokassetten dabei. Phil scheint ein richtiger Nerd zu sein. Hier liegen überall Kabel und elektronische Geräte. Hey, Moment mal. Dieses Kabel hier führt von dem PC unter den Schrank. Wozu soll das denn gut sein? Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten und was weiß ich noch alles. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte, ich weiß ja, wo es liegt. Werbung für Telefonsex-Hotlines. Dieser Phil ist wirklich erbärmlich. Die Vitrine scheint Phil nie angerührt zu haben. Kein Wunder, hier stehen auch nur Bücher und... Ein Glaskolben. So was benutzt man hauptsächlich in der Chemie. Schubladen voll mit Elektroschrott. Eine Metallklappe in einem Holzschrank. Das ist allerdings merkwürdig. Ich wette, Phil versteckt hier etwas Wichtiges. Darum kann ich mich später kümmern. Zuerst der Keller. Phil's Porno-Fernsehsessel. Den fasse ich bestimmt nicht an. Die wichtigste Zutat für mein Riechsalz hätte ich damit. Sorry, Bambi. Tut auch bestimmt nicht mehr weh. Jetzt habe ich Hirschhorn-Mehl. So, das dürfte reichen. Das Mehl ist im Glaskolben. Das Blut sieht noch relativ frisch aus. Der ist erst mal ausgenockt. Der ist erst mal aus. Boah, das riecht verdammt penetrant. Ich fülle es in das Riechsalzfläschchen. Damit wird sich Ralph auf jeden Fall aufwecken lassen. Das Buch lasse ich hier. Was? Wo? Das ist nicht Ralfs Hütte! Das ist nicht Ralfs Hütte! Geh weg! Geh weg! Ralf, Ralf, alles okay. Hey, alles okay, Ralf. Mr. Bobby, wo bist du? Mr. Bobby! Ralf, ganz ruhig. Ralf, ich bin's, Darren. Alles okay. Hier, da ist Mr. Bobby. Siehst du? Alles okay. Wow. Ralf ist gerannt, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Den sehe ich wohl so schnell nicht wieder. Ich glaube, mehr gibt es hier unten nicht zu tun. Zeit, sich um Phil zu kümmern. Den bin ich erst mal los. Gerade noch rechtzeitig. Du mieses Stück Drack! Ich werde dich fucking machen! Power, solange du noch kaltst! Na, warte! Ach, war ja klar. Ich brauche das BIOS-Passwort. Denk nach, Darren. Denk nach. Was könnte Phil als Passwort benutzt haben? F***n. F***n. Mork. F***n. 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 Morg, das war das richtige Passwort. Dann schauen wir mal, was sich mit dem PC hier so anstellen lässt. Das klingt interessant. Unlock Excel. Starten wir das mal. Eins für Kellertür. Nee, lieber nicht. Zwei für Lager. Lager? Das nehme ich. Das kam aus Richtung des Schranks. Zwei für Lager. Hier hat etwas geklackt. Mal schauen. Da war eine Art elektronisches Schloss dran, das sich fernsteuern lässt. Anscheinend ist das hier Philz Schatzkammer. Eine Liste mit Geldbeträgen? Aha. Die Bücherschnalle 200 Pfund, die Fremde 500 Pfund, der Vorlaute Ami 100 Pfund, 2500 Pfund, 300 Pfund. Ich glaube, mit Ami bin ich gemeint. Was soll das sein? So eine Art Kopfgeld? Hat mich Phil deshalb eingesperrt, weil er Geld dafür bekommt? Hinter den Geldbeträgen steht jeweils ein M und ein Haken. Außer bei der Fremden. Und was haben wir hier? Beta-Max-Videokassetten. Seltsames Format. Was steht hier? Ralph? Sommer 1990? Sind das Urlaubsvideos von Ralph? Bevor er verrückt wurde? Oder hä? Aber warum wurden sie hier versteckt? Was gibt es hier denn noch? James. August bis Oktober 1979. Und noch ältere, aber auch neueren Datums. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich nehme mir nur die Ralph-Kassette mit. Ich will wissen, was da drauf ist. Eine Beta-Max-Videokassette von Ralph im Sommer 1977. Was er da wohl gemacht hat? Hier ist auch ein Beta-Max-Rekorder angeschlossen. Dann wollen wir doch mal sehen, was auf der Videokassette drauf ist. Was ist das? Da sitzt Ralph. Gefesselt auf einen Stuhl. Das ist hier im Keller. Was war... Das ist ein Folter-Video. Mehr muss ich nicht sehen. Ich will gar nicht wissen, was auf den anderen Videos noch drauf ist. Das ist ein Folter-Video. Das ist ein Folter-Video. Das ist ein Folter-Video. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Cool. Space Attack. Das Spiel habe ich früher immer gespielt. Musik Einladend. Ich bezweifle aber, dass das der ursprüngliche Schriftzug ist. Ich sehe noch die Halterungen für zwei weitere Buchstaben. Die sollte ich lieber unschädlich machen. Phil könnte damit um Hilfe rufen. Da ist eine Beule in der Motorhaube. Könnte von meinem Kopf sein. Da ist eine Beule... Da ist eine Beule in der Motorhaube. Das Auto scheint wieder zu funktionieren. Ich kann zwar nicht viel erkennen, aber es riecht, als wäre da noch Benzin drin. Ein Müllcontainer mit einem Schloss dran. Könnte ein Schutz vor wilden Tieren sein oder vor neugierigen Augen. Mal sehen, ob Phil auch einen Schlüssel hierfür hat. Na, wer sagt's denn? Der hier ist es. Puh, nur ein Haufen Asche. Keine Leichen. Jedenfalls nicht in der üblichen Form. Und da steckt noch was anderes. Aha, eine kleine Papprolle. Die muss Phil erst vor kurzem entsorgt haben. Sieht eigentlich ganz nützlich aus. Und was haben wir hier? Ein gusseisernes M. Ich vermute, das stammt ursprünglich vom Schriftzug über der Haustür. Weg mit dem Ding. Die andere Waffe entsorge ich gleich mit. Das wäre erledigt. Jetzt sollte ich Murray mal etwas auf dem Zahn fühlen. Die andere Waffe entspricht, das ist ein Schriftzug über der Haustür. Ah, Mr. Michaels, hatten Sie einen angenehmen Tag? Mr. Michaels? Wieso nennen Sie mich nicht Mr. Feuerteufel? Ich weiß, dass Sie mich gern so bezeichnen. Ich weiß auch, dass Sie mich überwachen lassen. Dass Sie einen perversen Waffennahr auf mich angesetzt haben, der eine Menge Leichen im Keller hat. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Mr. Michaels. Geht es Ihnen nicht gut? Sie wirken ein klein wenig angespannt. So werden Sie auch gleich wirken. Ich habe nämlich dummerweise einen Brief gefunden, der alles belegt, von Ihnen selbst geschrieben, an einen gewissen Film. Sie sitzen ganz schön in der Scheiße, wenn ich damit zur Polizei gehe. Also gut, Mr. Michaels, ich kann auch anders. Wie Sie diesem Brief wahrscheinlich schon entnommen haben, bin ich im Besitz einiger für Sie äußerst brisanter Fotos, für die ich sehr viel Geld bezahlt habe. Wollen Sie wissen, was darauf zu sehen ist? Was soll darauf schon zu sehen sein? Ich bin vollkommen unschuldig. Sie, Mr. Michaels, sind darauf zu sehen. Sie, wie Sie aus dem brennenden Schloss stürmen. Hatten Sie nicht zu Protokoll gegeben, dass Sie am Tag des Brandes gar nicht im Schloss waren? Was wohl der Richter dazu sagen würde? Ich befürchte fast, das wäre Ihr Todesurteil. Und stellen Sie sich vor, ich könnte selbst daraus noch Poffing schlagen. Mutiger Hotelier überführt Brandstifter. Aber Sie kriegen die Hand, Mr. Michaels. Damit kommen Sie nicht durch. Ich werde Sie wegen Erpressung anzeigen. Natürlich! Ein armer Spinner aus Amerika kommt nach England, bringt ein halbes Dutzend Leute um und beschuldigt danach einen ehrbaren Hotelier der Erpressung. Wachen Sie auf! Sie stehen ganz weit unten. Tun Sie, was ich Ihnen sage, dann bleiben Sie zumindest am Leben. Wir werden sehen, wer hier am Leben bleibt! Du Wurm! Verdammt! Es brennt! Ich... Ich wollte ihn umbringen. Ich wollte ihn wirklich umbringen. Und ich... hatte keine Skrupel, es hatte etwas Befreiendes. Was ist los mit mir? Das bin nicht ich! Erst diese Visionen und... Jetzt wird es zur Realität. Das ist nicht gut, Adrian. Das ist überhaupt nicht gut. Die Medikamente. Ich sollte sie öfter nehmen. Okay, ganz ruhig. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Mary hat mich gereizt. Da kann man schon mal ausflippen. Es ist ganz natürlich. Nichts Besonderes. Passiert jeden Mal. Kommt in den besten Familien vor. Nein! Es kommt ganz besonders oft in meiner Familie vor. Es ist dieser beschissene Fluch oder was auch immer. Da helfen auch diese verdammten Pillen nicht. Oder doch? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Victoria könnte mir vielleicht helfen. Sie weiß doch alles über unsere Familie und diesen... diesen Fluch. Aber sie glaubt mir nicht. Kann man es ihr verübeln? Nein. Ich fange selbst an, an mir zu zweifeln. Okay. Ganz langsam. Was werde ich tun? Wenn der Kerl jetzt zur Polizei rennt, bin ich geliefert. Diese Fotos. Ich muss diese Fotos finden und vernichten. Dann hat er nichts mehr gegen mich in der Hand. Ein Problem weniger. Ich bin ein Problem weniger. Ich wette, das Ding da verletzt sämtliche Persönlichkeitsrechte. Aber Murray scheint das vollkommen egal zu sein. Ich wette, er hat die Fotos irgendwo in seinem Büro. Ich wette, er hat die Fotos irgendwo in seinem Büro. Bestimmt noch aus Sanatoriumszeiten. Gefüllt mit fiesen Giftmischungen. Mal sehen. Nein. Noch viel schlimmer. Das Ding ist voller Cremedosen. Lift aktiv, super moistly für den Mann ab 40. Ach herrje, Murrays geheimes Anti-Falten-Depot. Entweder ein Uralt-Fabrikat oder eine Attrappe. Kisten voller Plastikmesser und Mörderpuppen. Tausend Tipps für den Erfolg. Kunden als Mittel zum Zweck. Steuern sparen für Manager. Die Wand hat drei Nischen. In der mittleren steht ein dicker Stahlschrank. In den anderen beiden Bücherregale. Die Wand hat drei Nischen. Murray höchstpersönlich in Öl. Was ein richtiger Geschäftsmann ist, der hängt sich selbst im Büro auf. Ein großer Stahlschrank. Wenn Murray etwas Wichtiges aufbewahrt, dann ganz sicher da drin. Marys Hotelier-Diplom. Wenn das echt ist, dann bin ich wirklich Darren Michaels. Marys Hotelier. Marys Zukunftspläne. Ich tippe auf einen Gordon-Vergenügungspark. Eine Wildwasserbahn mit Kunstblut statt Wasser. Und man fährt in einem Sarg. Hunderte von Seelenschlüsseln aus Plastik. Ob Murray sich da nicht ein bisschen verrechnet hat? Ich glaube zwar nicht, dass Murray den Schlüssel für den Schrank hier aufbewahrt, aber ich muss ganz sicher sein. Was haben wir denn da? Das ist eine Bedienungsanleitung für den Stahlschrank. Interessant. Wenn Sie Ihre Kombination vergessen haben? Auf der Rückwand ist die Seriennummer eingestanzt. Notieren Sie sich diese und rufen Sie folgende Nummer an. 01473 Schrägstrich Seriennummer plus die letzten beiden Ziffern Ihres Geburtsjahres. Eine automatische Auskunft wird Ihnen dann Ihre Kombination mitteilen. Na, das nenne ich Service. Dann brauche ich nur noch Marys Geburtsdatum und die Seriennummer. Schrägstrich Seriennummer. Schrägstrich Dr. Von der Ecke bis zu der Stelle, an der der Stahlschrank steht, sind es dreieinhalb Meter. Wow, das ist mal ein richtig hässlicher Teppich. Bestimmt ein Relikt aus Murrays ehemaliger Pfandleihe. Murrays Baby im Öl. Mir fehlen noch die Seriennummer und Murrays Geburtsjahr. Hier steht doch bestimmt Marys Geburtsdatum drauf. Da ist es ja. 1942. Ganz schön alt, der Sack. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ein Werkzeugkasten. Der stand gestern noch nicht da. Renoviert Murray etwa selber? Sei es drum. Ich bediene mich einfach. Nicht gerade gut sortiert? Eine Zange? Die könnte sich später als nützlich erweisen. Ansonsten nur noch Schrauben, Nägel und Sicherungen. Nein, nur noch Schrott drin. Noch seit 40 Jahren. Ja, COVID-19. Das war's für uns. Sehr schön. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste der Stahlschrank genau hinter dieser Stelle der Wand sein. Ich entferne die Tapete. Eine Ziegelmauer. Sieht sehr alt aus und hier bröckelt auch schon der Mörtel. Damit kann ich den Mörtel zwischen den Ziegeln vollständig rauskratzen. Das hätten wir. Das ist die Rückwand des Stahlschranks. Und hier steht auch die Seriennummer. 8528-173. Also gut. Mal sehen, ob das funktioniert. Die Kombination lautet Die Firma dankt. Tada! Na, wer sagt's denn? Diverse Fotos von verschiedenen Leuten. Denise und Spuna in Flagranti. Und hier ist eins von Matt, wie er an die Polizeistation pinkelt. Saß er deshalb im Knast? Ich werde den ganzen Krempel bei nächster Gelegenheit verschwinden lassen. Da ist noch etwas im Umschlag. Bingo. Ein astreines Beweisfoto. Allerdings nicht für meine Schuld, sondern für Angelinas. In Flagranti beim Kokeln erwischt. Das muss ich zuallererst Victoria zeigen. Es wird sie von meiner Unschuld überzeugen. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht Schwester Antolini in die Arme laufe. Sie würde mich garantiert sofort wieder rausschmeißen. Und Murray hat nur geblufft. Es gibt gar keine kompromittierenden Fotos von mir. Das muss ich nicht sagen. Murrays gesammelte Erpresserwerke. Der Kerl ist sowas von krank. Und hier? Eine Seite aus der Willow Creek Daily vom letzten Jahr. Wozu hat er die denn aufgehoben? Vielleicht wegen des Artikels über den Raub in einem Altenheim in Ipswich? Dort wurden wertvolle Gegenstände, Bargeld und Ausweise gestohlen. Hm. Oder geht es Murray um den Artikel über Spunas Versetzung in die Provinz? Hier steht, dass ein junger Cop aus London den allseits beliebten Inspektor Collier ablösen würde, in Ruhestand geht. Conrad Spunas leitete die Ermittlungen bei einem Fall, bei dem sich die Londoner Polizei nicht gerade mit Ruhm bekleckerte. Mehr dazu auf Seite 7. Ist Spunas nur der Sündenbock oder hat er wirklich schlechte Arbeit geleistet? Fest steht, dass Inspektor Colliers Schuhe ihm so schnell nicht passen werden. Tja, schätze, sie gefallen ihm auch nicht besonders. Angelina bei ihren Lieblingsbeschäftigungen. Beim Morden und Brandstiften. Mann, oh Mann, der Kerl hat Glück gehabt, dass sie ihn nicht beim Knipsen gesehen hat. Bei der Polizei wird mir das Foto nicht weiterhelfen. Miss Valleys Leiche ist nicht zu sehen. Aber Victoria kann ich vielleicht damit überzeugen, dass ich unfuldig bin. Ich weiß nicht, dass sie ihn nicht beim Knipsen gesehen haben. Da ist sie wieder, die weiße Frau von der Hütte. Was? Oh, sie kommt näher. Fuck, sie schwebt wie ein Geist. Was? Was, wenn sie einer ist? Ganz ruhig, Darren. Das wäre immerhin besser als einer von diesen Höllenhunden. Ein netter Geist ist eigentlich vollkommen okay. Noch dazu, wenn er so schön ist oder so traurig. Hä? Soll ich ihr folgen? Ab ins Reich der Toten oder was? Na egal, ich habe noch eine ganze Packung Haloperidox dabei. Wenn die Sache mir zu verrückt wird, werfe ich sie ein. Wo ist sie denn jetzt hin? Komisch, ich habe sie doch nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Was? Musik Musik Das Tor steht auf? Für mich? Ich hoffe mal, dass der Geist so etwas wie ein Engel ist und dass hier nicht das Tor zur Hölle ist. Musik Musik Das Gerüst leht direkt zum Raufklettern ein. Ich sehe nur leider kein offenes Fenster. Außerdem dürfte es unmöglich sein, sich leise und unbemerkt darauf zu bewegen. Dekorativ ist er ja, wenn man sich gern Felsblöcke in den Garten stellt. Dem Westflügel sieht man kaum an, dass es hier gebrannt hat. Es wirkt fast so, als hätten diese alten Mauern einfach keine Lust einzustürzen. Musik Ein riesiger Raufklettern ist ein riesiger Raufklettern. Musik Ein riesiger Totenschädel über der Tür. Da fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Was immer hier drin gemixt wird, Zement kann es nicht sein, sonst wäre hier ein Sandberg in der Nähe. Ich hoffe, die Handwerker wissen, was sie tun. Musik Musik Dekoration Dekorativ ist er ja, wenn man sich gern Felsblöcke in den Garten stellt. Die Leiter ist zu kurz, um damit in den ersten Stock zu klettern. Ich sollte mir einen anderen Weg suchen. Zum Grillen etwas klein, aber dafür gibt es ja den Garten. Warum habe ich ständig das Gefühl, dass dort oben ein riesiger Affe sitzt und Fässer nach mir wird? Baufällig ist noch geschmeichelt. Hier geht es ein paar Meter runter und dann beginnt der größere umliegende Garten. Die passendere Bezeichnung wäre Wildnis. Hier liegt noch mehr Müll rum. Da waren wohl mal Böller drin. Dabei ist Silvester erst in ein paar Wochen. Dekorativ ist er ja, wenn man sich gern Felsblöcke in den Garten stellt. Der sieht noch älter aus als das Schloss, falls das überhaupt möglich ist. Hier liegt noch mehr Müll rum. Hm, dabei ist Silvester erst in ein paar Wochen. Lewis scheint seinen Job schon länger nicht mehr so richtig zu sehen. Richtig ernst genommen zu haben. Nicht gerade das, was man unter einem Schlossgarten versteht. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Victoria im Schloss, nicht im Gewächshaus. Ganz schön hoch, dieses Gewächshaus, ist wohl eher so etwas wie eine Orangerie, wo im Winter die Zitrusbäume untergestellt werden. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Victoria im Schloss, nicht im Gewächshaus. Eine Schubkarre. Damit transportiert man betrunkene Handwerker. Ein leerer Topf? Schätze, die Handwerker haben sich damit ihr Mittagessen warm gemacht. Momentan habe ich keine Idee, was ich mit dem Topf soll. Ich lasse ihn lieber hier. Hier ist eine Kerze. Wenn ich schon keine Taschenlampe habe, nehme ich wenigstens die mit. Das ist mal eine Eisenstange. Hoffentlich halten. Die Küche sieht echt schlimm aus. Louis muss das Feuer hier gelegt haben. Zu essen gibt es hier nichts mehr. Höchstens Räucherfleisch. Kein Geschirr mehr drin. Wahrscheinlich alles beim Brand geplatzt. Dem Zustand noch zu urteilen, erreicht diese Tür beim Öffnen einen Lärmpegel ähnlich dem eines einstürzenden Hauses. Nur keine knarrende Diele erwischen. Verdammt! An denen kann ich mich unmöglich ungesehen vorbeischleichen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Mit der Zange kann ich die Kugel aus der Patrone ziehen. So mache ich die Dinger unschädlich und bekomme gleichzeitig auch noch eine Ladung Schwarzpulver. Ich fülle das Schwarzpulver in die Papprolle. Blöd nur, dass es an den Enden immer wieder rausrieselt. Und es wurde Licht. Mit dem Wachs kann ich die Papprolle versiegeln, damit das Schwarzpulver nicht rausrieselt. Ich stecke die Zigarette in ein Ende der Papprolle. Wenn man die Zigarette anzündet, brennt sie runter und bringt das Schwarzpulver zur Explosion. Damit habe ich mir ein Böller selbst gebaut. Eine Glasscheibe fehlt zwar, aber sonst tut sie es noch. Die Lampe ist der optimale Ort für den Böller. Er ist trocken und die Handwerker werden die kaputte Lampe sicher bemerken. Okay, ich habe jetzt etwa zwei Minuten Zeit, bis das Ding hier hochgeht. So, jetzt wird's Zeit. Ich will schließlich in der ersten Reihe sitzen, wenn das Schauspiel beginnt. Boah, was war das denn? Klang wie ein Schuss. Verdammt, wieso gehen die nicht raus? Könnte auch ein Böller gewesen sein. Ich habe letztens erst wieder einen von diesen pickligen Halbstarken auf der Mauer rumtanzen sehen. Hast du gesehen, was die mit unserem Gerüst gemacht haben? Nein, ich war seit letzter Woche nicht mehr an der Fassade. Sie haben es vollgespürt. Überall Farbe. Geh rauf, sieh es dir an. Die reinste Hippie-Leiter. Diese verdammten kleinen Wichser. Wieso treiben sie sich hier herum und nicht in der Schule? Was soll das? Steve, ich habe da eine Idee. Was denn für eine, Greg? Warum stecken wir ihnen, ihre Böller, nicht in ihre verpickelten Ärsche und schießen die auf den Mond? Ja, warum eigentlich nicht? Endlich. Hoffentlich läuft denen nicht zufällig jemand über den Weg. Könnte übel enden. Malke. Malke. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich darf keine Zeit verschwenden. Victorias Zimmer war nicht so weit hinten. Mist! Was soll denn dieser Lärm? Greg? Steve? Wart ihr das? Hey, Greg! Steve! Was ist hier los zum Teufel? Sie verschwindet in die Halle. Jetzt nichts wie rüber zu Victoria. Bitte wach auf, Victoria! Was? Adrian? Was machst du hier? Ich hab doch gesagt, dass ich dich nicht mehr sehen will. Entschuldige, aber ich muss dich sprechen. Ich kann beweisen, dass ich unschuldig bin. Hier, Victoria, auf diesem Foto siehst du Angelina, wie sie Miss Valley umbringt. Sieh es dir an. Angelina? Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Angelina war es auch, die das Schloss anzünden ließ. Sie hat auch Sally, Catherine und Louis umgebracht. Alles nur wegen Mordreds Fluch. Sie brauchte mein Blut dazu, weil nur die männlichen Gordons in der Lage sind, die Macht Mordreds zu aktivieren. Du weißt doch davon, Victoria. Erzähl mir bitte nicht, du hättest es nicht gewusst. Aber sie war doch meine kleine Angelina. Wie konnte sie nur so etwas tun? Ich hatte gehofft, du würdest mir das beantworten. Es gibt da diesen Orden, der mich verfolgt hat. Miss Vallys Orden? Ein Verein von Stimpern. Sie wollten verhindern, dass nochmal so etwas wie vor zwölf Jahren passiert. Aber sie haben keine Ahnung, gegen was sie kämpfen. Die meisten sahen es als amüsante Abwechslung in ihrem Leben. Ein bisschen Geheimniskrämerei und geheime Treffen in albernen Kutten. Miss Vally war die Einzige, die wirklich wusste, worum es ging. Der ursprüngliche Orden existiert schon seit Hunderten von Jahren. Er hütet die Geheimnisse im Verborgenen. Dennoch haben wir Miss Vally finanziell unterstützt. Es war schließlich in unserem Sinn, dass du, Adrian, nicht nach Black Mirror zurückkehrst. Verstehe. Ich habe da etwas Komisches gesehen und ich weiß nicht, wen ich sonst danach fragen könnte. Diese weiße Frau. Genau dieselbe wie hier auf dem Gemälde. Oder nur eine ähnliche, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich sie im Wald gesehen. Sie lief da rum wie ein Gespenst. Aber es war keins. Oder doch? Eine weiße Frau im Wald. Bist du sicher? Also war es doch ein Gespenst? Oh mein Gott, ich bin wirklich verrückt. Nein, nein, bleib ganz ruhig, Adrian. Alles ist in Ordnung. Vielleicht noch viel mehr, als ich je zu hoffen wagte. Erzähl mir mehr über die Frau. Wie sah sie aus? Was hatte sie an? So genau habe ich sie nicht gesehen. Sie hatte lange weiße Haare. Ein langes Kleid hatte sie an, mit einem Gürtel, auf dem eine Art Watten zu sehen war. Die Frau, die du gesehen hast, ist Maria Gordon. Mordreds Frau. Sie findet keine Ruhe. Seit Jahrhunderten nicht. Sie irrt durch die Wälder von Black Mirror, weil sie ihr Kind sucht. Ihr Kind und Mordreds. Ich habe sie auch schon gesehen. Du hast sie auch gesehen? Dann gibt es sie wirklich? Wir sind in Black Mirror Castle, Adrian. Von welcher Wirklichkeit sprichst du? Was ist mit dem Kind passiert? Also gut. Das, was ich dir jetzt erzähle, Adrian, hat diese Mauern noch nie verlassen. Und es wäre gut, wenn es so bleiben würde. Es ist vielleicht die älteste unserer Familiengeschichten. Und auch die schrecklichste. Du willst wissen, was mit dem Kind passiert ist? Das fragt sich Maria bis heute. Wir wissen nur, dass Mordred es verschleppt hat, weil er annahm, dass es nicht sein Leibliches war. Er glaubte, Maria habe ihn betrogen. Mit seinem Bruder Marcus. Er wollte sie dafür büßen lassen. Was er mit dem Kind angestellt hat, bleibt bis heute ein Geheimnis. Man hat es nie wieder gesehen. Also ist Mordreds Frau fremdgegangen und er hat daraufhin alle verflucht? Nein. Maria hat Mordred nicht betrogen. Sein Hass war es, der ihn so etwas denken ließ. Hass und Eifersucht auf seinen Bruder. Dabei hatten die beiden viele Schlachten gemeinsam gekämpft. Seite an Seite. Doch das war, bevor sie nach Black Mirror kamen. Irgendetwas hier veränderte Mordred. Verseuchte sein Herz. Er misstraute jedem. Seinen Soldaten, seiner Frau, seinem Bruder. Zog sich immer mehr zurück. Wurde hochmütig. Zuletzt sah er sein eigenes Kind an und erkannte es nicht wieder. Er meinte Ähnlichkeiten mit seinem Bruder in seinem Gesicht zu erkennen. Er wollte es töten. Doch ob er es tat, ist ungewiss. Sicher ist, dass er es Maria entriss. Und es mit sich in die Katakomben unter dem Schloss nahm. In ihrer Verzweiflung rief Maria nach Marcus, bat ihn um Hilfe. Das war für Mordred nur ein weiterer Beweis für seinen Verdacht. Marcus kam, stellte Mordred und tötete ihn im Zweikampf. Doch das Kind fand er nicht. So sehr er auch suchte. Es war wie vom Erdboden verschluckt. Was ist das für ein Fluch? Bevor Mordred starb, verfluchte er die männlichen Nachkommen von Marcus. Sie sollten sein Werk vollenden. Eines Tages würde ein Gordon geboren, der sich dem Bösen verschreibt. Dieser würde Mordred in das Reich der Lebenden zurückholen. Und Angelina wollte seine Macht bekommen. Aber warum? Wenn doch nur die männlichen Gordons verflucht waren. Weil ihr Zwillinge seid, muss dieser Fluch irgendwie durcheinandergekommen sein. Wie das? Ich weiß es nicht, Adrian. Es ist nur eine Vermutung. Was hat... Psst, Adrian. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Du bist der letzte Gordon der Marcus-Linie. Dir soll das Schloss gehören. Gegen einen Zettel und einen Stift. Da in der Schublade. Ich muss deine wahre Identität bestätigen. Sonst weiß keiner, dass du der rechtmäßige Erbe bist. Beheil dich. Ich fühle, wie meine Kräfte schwinden. Heldrion. Mit mir geht es bald zu Ende. Bitte nicht, Victoria. Ich brauche dich. Ohne dich weiß ich nicht weiter. Ich bin nicht. 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 Ohne mich wärst du jetzt vielleicht gar nicht in dieser Lage. Wir waren sehr gründlich, was dich angeht. Wir haben dir sogar eine Sterne. Nur Kunde ausstellen lassen. Lass mich hören. Das hat Dr. Herman gemacht. Wir haben uns geirrt. Verzeih mir, Heldrion. Schon gut. Ihr wolltet mich ja nur beschützen. Aber vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich gewusst hätte, worum es ging. Dann wäre ich nicht in Angelinas Falle getappt. Was hat es mit diesem Ritualraum auf sich? Ich war selbst nie dort. Doch angeblich ist Mordreds Macht dort am größten. Jener Ort liegt nicht mehr in dieser Welt, sondern in der Welt der Schatten. Ich glaube, Angelina und ich, wir haben Mordred gehört, als wir dort waren. Was genau ist denn im Ritualraum passiert? Naja, ich hab alle Aufgaben gelöst. Mein Blut aufs Relief geträufelt. Und hast du auch die Worte gesprochen? Ich glaube, ja. Oh Gott, Heldrion, dann ist das Ritual vollzogen. Du hast Mordred damit den Weg bereitet. Wie? Wie meinst du das? Bin ich jetzt verflucht? Schlimmer, Heldrion. Schlimmer. Mordreds Geist ist jetzt in dir, Heldrion. In dir. Oh mein Gott, Heldrion, was hast du nur getan? Mordred in mir drin? Scheiße. Ich hab's geahnt. Bleib ganz ruhig. Lass uns ruhig bleiben und nachdenken. Wie fühlst du dich? Ist irgendwas anders? Ja. Da sind diese Visionen. Sie fühlen sich ziemlich echt an. Sie sind krank, gewalttätig. Aber vielleicht sind es inzwischen auch keine mehr. Vorhin wollte ich Murray an die Gurgel. Das war jedenfalls keine Vision. Mhm. Wann hast du die weiße Frau zum letzten Mal gesehen? Gerade eben. Vor dem Schloss. Ach. Dann hast du noch nichts Böses getan. Dein Herz ist immer noch rein. Du bist stark, Heldrion. Du hast es geschafft zu widerstehen und das musst du auch weiterhin tun. Widerstehe, Mordred, solange du nur kannst. Er wird jetzt immer stärker werden. Und du schwächer. Er will dich kontrollieren. Irgendwann wird er die Macht über dich übernehmen. Welche Möglichkeiten habe ich, Mordred daran zu hindern, mich zu kontrollieren? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ihn zu verbannen. Mordreds Gefäß muss zerstört werden. Du weißt, was ich damit meine. Ich denke mal, du meinst die Samuel-Variante. Ein kleiner Sprung vom Turm direkt auf einen spitzen Eisenzaun. Klingt verlockend. Es ist auf jeden Fall die einfachere Variante. Oh je. Was wäre denn die Schwere? Du musst dahin zurückgehen, wo alles angefangen hat. In den Ritualraum? Aber der ist verschüttet. Wo alles begann. Wo? Aber meinst du dahin, wo Mordred den Fluch ausgesprochen hat? Im Buch steht alles. In welchem Buch? Ich bin so erschöpft, Adrian. Ich kann nicht mehr. Nein. Bitte mach jetzt nicht die Augen zu, Victoria. Bleib wach. Bitte. Sag mir, was das für ein Buch ist. Eine Chronik oder die Bibel? Das Buch. Bitte lies es. Im Raum. Welcher Raum? Unter der Erde. Die sechs Menhiere. Weisen dir die Eingänge. Welche Menhiere? Dort beginnt der Weg. Wenn du bis zum Ende gehen musst. Bis zum Ende. Meinst du die großen Steine rund um das Schloss? Fang dort an. Such bei denen. Mein Heeren. Adrian. Versprich es mir. Ja, ja, das werde ich. Versprich es mir. Ja, ich verspreche es. Victoria, bitte warte noch. Du musst mir noch so viel erzählen, Victoria. Was machen Sie hier? Wie sind Sie hier reingefallen? Sie stirbt. Tun Sie doch was. Schnell. Gehen Sie. Tschüss, ganzlos. Wie ist es? Musik.